Ja, bitte morgen alle zur Wahl gehen und nur die Basis wählen. Das ist unser Aufruf als Parteiberater und externer Experte. NextScientistsForFuture.de, bekannt vom Corona-Ausschuss, von KenFM, von Kai Stuth und von vielem anderen mehr, von hunderttausenden Klicks diesbezüglich. Ja, eben nur die Basis wählen wir 2020 EU durch zwei Gerichtsurteile am Ende und wegen der Verleumdungs-Hetzschrift, über die man mehr erfährt, ab Nummer 779 auf dem Sender NextScientistsForFuture auseinandergeschrieben. Ja, diese zwei Gerichtsurteile waren die Sensationsnachricht von gestern. Ich will es hier nicht im Original zeigen. Also ich habe mich durchgequält durch zwei Gerichtsurteile, die geschickt wurden, die also sozusagen mehr oder weniger behaupten, dass die Gerichtsurteile behaupten, also es gebe wohl keine legale Wahl. Also Herr Romberg oder die Familie Romberg und all der zugehörige Vorstand sind nie gewählt worden. Alle Satzungsänderungen sind ungültig, weil alles geschehen ist durch nicht, also durch illegale Wahlvorgänge. Also das, was wir ja festgestellt hatten mit dieser Verleumdungs-Hetzschrift, dass da also eine große Bereitschaft innerhalb von wir 2020 EU zu illegalen Lügen und Verleumdungen und Diffamierung und allen möglichen verbalen Straftaten und, ja, Rufschädigung und was auch immer. Aber da diese Bereitschaft dazu, sich so fehl zu verhalten, die scheint auch die Bereitschaft zu sein, dass man sich nicht an die Gesetze des Bundeswahlleiters gehalten hat bei der Parteiführung und dass sozusagen wir 2020 EU eigentlich nur ein Hirngespinst ist. Die einzige, die ich auch als extrem anständige Partei erlebt habe, war wir 2020 DE und mit denen wir hoffentlich dann auch weiterhin kooperieren werden. Aber wir 2020 EU dürfte auch am Ende sein, denn durch diese zwei Gerichtsurteile kann ich mir nicht vorstellen, dass der Landes-, die Landeswahlleiterin sozusagen, die wird jetzt ja auch die Gerichtsurteile vorliegen haben und damit wird sozusagen wir 2020 EU wohl als ungültig jede Stimme gewertet werden, denke ich mir mal, weil ja quasi ein faktischer Betrug gegenüber dem Landeswahlleiter vorliegt und gerichtlich festgestellt wurde durch zwei Gerichtsurteile, ja, jetzt genau passend zur Landtagswahl, ja. Schade ist halt nur, dass wir 2020 DE nicht antreten kann, natürlich so kurzfristig und ja, also ich hoffe, wenn die Basis nicht zu der Vernunft kommt und sagt hier, ja, wir müssen wirklich basisdemokratisch denken, wir müssen also hier wirklich basisdemokratisch denken, ja, so, wo ist es hier, wir müssen denken hier, parteiinterne und parteiexperte, parteiexterne Experten aller Art nutzen, besonders die, die sich vehement widersprechen und hier zum Beispiel hat die Dame immer die Next Scientists for Future und Vorschläge immer nach links gesetzt und dagegen gegen argumentierende Vorschläge daneben gestellt und so geht Basisdemokratie, dass man die Wählerinnen basisdemokratisch konsensieren lässt über Volksentscheid, Wahlprogramme über einen ersten Volksentscheid nach der Wahl und letztendlich alles tut, dass die WählerInnen das Sagen haben und nicht plötzlich wieder eine nicht repräsentative Wählerstichprobe, die Parteibasis wieder sozusagen bestimmte Experten wegfiltert, über die sich vielleicht die WählerInnen gefreut hätten, aber leider nicht die Parteimitglieder. Also noch einmal, der schlimmste Verstoß gegen die Basisdemokratie ist, wenn einzelne Personen Macht ausüben in der Partei und bestimmte dieser Experten, hier in dem Beispiel fünf verschiedene Expertenvorschläge, wegfiltern und verschweigen und totschweigen. Das ist der größte Verstoß gegen echte Basisdemokratie. Der zweitgrößte Verstoß ist, wenn die Parteibasis konsensiert und meint, sie müsste den WählerInnen vorgreifen, indem sie bestimmte Reformvorschläge wegfiltern, schon als Parteibasis wegkonsensieren sozusagen. Das ist der zweitgrößte Verstoß gegen eine echte Basisdemokratie. Und echte Basisdemokratie bedeutet, dass man die WählerInnen nach der Wahl über alle verfügbaren und erreichbaren und auffindbaren Vorschläge konsensieren lässt. Und denn die WählerInnen sind die einzige wirklich repräsentative WählerInnen-Stichprobe und nicht die Parteibasis. Und auf keinen Fall einzelne Willkürpersonen, die anstatt Machtbegrenzung, Machtausübung innerhalb einer Partei praktizieren und ihnen sozusagen, und solche Personen, ich habe das ja schon geschildert, dass auch in allen Parteien natürlich Personen vorhanden sind, die selbst sozusagen vollgefüllt sind durch vorteilbringende Irrtümer, parasitäre Meme, Killerviren des Geistes. Und deswegen, dadurch, dass sie so Manipulationsopfer sind, natürlich auch die Partei auf einen völlig falschen politischen Kurs zu lenken, neigen. Und diesen aber für richtig halten, was aber ein ganz großer Irrtum ist. Weil die Wähler anders sind als einzelne Parteimitglieder und die WählerInnen sind eben wieder auch anders als eine nicht repräsentative Wähler-Stichprobe, wie sie sich in der Parteibasis wiederfindet. Also echte Basisdemokratie bedeutet Next Scientist for Future und alle dagegen kontragebenden anderen Alternativvorschläge auflisten und den Wählern die Wahl überlassen. Alles andere hat nichts mit Basisdemokratie zu tun. Das bedeutet Machtausübung, mehr nicht, ne, Willkürausübung und Machtausübung. Und die Einzigen, die das begriffen haben, sind die Leute rund um die FRAG-Partei, die das genau wissen, die also das genauso gut verstanden haben wie die Next Scientist for Future und am weitesten ist wir2020.de, denn die haben ja sogar sich schon von zwei miteinander streitenden Experten, nämlich Next Scientist for Future und Economy for Mankind beraten lassen. Also das heißt, die haben das praktiziert bis jetzt in Ansätzen, in vielen Talkshows, die ja überall anzuschauen sind, haben die ja quasi sozusagen schon die richtige Praxis praktiziert mit zwei externen Experten. Sogar bei einer Sendung waren sie dabei, wo drei externe Experten zu Wort gekommen sind und dann ist doch der Weg zu vier oder fünf gar nicht mehr weit. Also sozusagen hier der Sprung von Talkshows mit drei externen Experten zu fünfen oder vier oder fünf oder sechs ist ja dann, und das würde dann ja auch ausreichen, weil man dann wirklich ja auch das Spektrum schon ausreichend abgebildet hat. Und wenn es dann noch unterschiedliche Detailvorschläge gibt, kann man ja so vorgehen, wie ich es gesagt habe, dass man dann zum Beispiel sechs oder maximal sieben verschiedene Vorschläge, die WählerInnen wählen ihren Lieber oder konsensieren ihren Vorschlag, bei dem sie den geringsten Widerstand hätten. Und dann splittert man den vielleicht nochmal auf zwei bis sieben Wahlvorschlagsalternativen auf und lässt die WählerInnen letztmalig dann darüber konsensieren. Und dann hat man ein wirklich brauchbares Ergebnis, nämlich sozusagen, dass man ziemlich genau das umsetzen kann, was die WählerInnen wirklich wollen. Egal, ob das dann eine Fehlentscheidung ist oder eine richtige Entscheidung, eine gute Entscheidung ist, das ist das Schicksal der Demokratie, dass wir alle damit leben müssen, wenn sich die WählerInnen falsch entscheiden, dann machen wir halt weiterhin, werden wir weiter leiden müssen. Aber ich habe die Hoffnung aus der simulierten Bundestagswahl und den weiteren Tests, dass 56 Prozent der WählerInnen oder zumindest der Großteil aller WählerInnen sich für die Next Scientist for Future Gesundheitsreform zum Beispiel entscheiden werden. Und dann wird das ganze Land ja schon mal tausendmal besser, als es bis jetzt war. Ja, was haben wir noch so als Kurznachrichten? Also, wie gesagt, informieren Sie sich über die Gerichtsurteile gegen wir 2020 EU. Ja, dann, ja, und dann habe ich mir noch mal angeschaut, was so die anderen Parteien so im Kopf haben. Und das ist ja so erschreckend, ja, deswegen auch nur die Basis wählen, weil das ist ja dann, da kriegt man ja den Horror, weil diese anderen Parteien sind völlig blind dafür, dass das ganze System nicht funktioniert. Deren ganze Ansätze sind völlig realitätsfärm, weil die einfach von einer Illusion ausgehen, ich zeige es hier noch mal hier, weil die diesen Satz nicht verstanden haben, den Kernsatz von Weltrat und Next Scientist for Future. Gesellschaft kann nicht und niemals überhaupt jemals funktionieren ohne starke positive Anreize-PAs. Und all die Parteien, die antreten, wollen alle noch Politik machen, ohne starke positive Anreize zu setzen. Und dadurch über die starken positive Anreize alle dahin zu lenken, dass nur noch Gutes tun geschieht, Gutes tun sich rechnet. Ja, wie heißt es hier so schön? Ich lese mal gerade vor. Seit 400.000 Jahren rechnet sich schlechtes Tun viel mehr als Gutes tun. Gutes tun durch starke positive Anreize, PAs, auf Basis von durch nichts ersetzbaren über 50 Jahren Naturwissenschafts-Erfahrung gekonnt und hochpräzise gezielt zu belohnen, lässt alle oft behaupteten verbrecherischen Pläne und nicht bewusstes Schlechtes tun, verursacht durch vorteilbringende Irrtümer, parasitäre Meme, Killerviren des Geistes, sofort aussterben. Ja, nur so geht's. Aber die meisten Parteien leben noch in einer illusionären Welt, dass diese Gesellschaft funktionieren würde, trotz aller Skandale und trotz allen dessen, was schiefläuft, könne Gesellschaft funktionieren, wenn man einfach alles so weiterlaufen lässt, wie bisher. Das ist ein Trauerspiel. Und dann noch ein evolutionsbiologisches Detail. Gehen wir nochmal hier hin. Ja, also, das ist ja dieses Bild hier. Noch einmal, ich habe mal nachgegoogelt, wie viel Prozent aller Gene sind denn eigentlich identisch? Weil man könnte es ja so fälschlicherweise denken, ja, fälschlicherweise denken, dass hier dieses ungeborene Kind ist ja eine Aussackung, eine physische Aussackung seiner Mutter in die Zukunft hinein. Und jetzt könnte man denken, ja, der Vater, der bringt da noch total unterschiedliche Gene mit rein und so weiter. Und damit ist es eigentlich auch, nein, das ist wie ein Vexierbild. Also hier die Mutter, da ist die Nabelschnur ersetzt worden durch die neue Verbindung, Brustwarze und Mund. Das Baby ist also auch wieder, das Baby ist die Aussackung der Mutter in die zeitliche Zukunft hinein. Und der Vater, für den Vater ist es eigentlich genauso. Obwohl der keine direkte Aussackungsverbindung hat, ist trotzdem dieses Kind auch eine Aussackung des Vaters in die Zukunft hinein, gewürzt mit ein paar hoffentlich interessanten neuen Genen der Mutter. Das heißt, es ist also nur eine Sache der Betrachtung, denn in Wirklichkeit sind circa 95% aller Gene identisch. Also das heißt, 95% aller Gene dieser Aussackung in die Zukunft hinein sind identisch mit den Genen des Vaters, aber auch identisch mit den Genen der Mutter. Und nur bei den letzten 5% der Gene ist dann der Unterschied. Und so, dass dann die Väter eigentlich hoffen können, dass der Vater hoffen kann, dass sein Kind sozusagen, dass ja eine Aussackung seiner selbst in die Zukunft ist, dass das gewürzt ist mit ein paar hoffentlich interessanten neuen Genen der Mutter, und zwar vom jeweils anderen leiblichen Älter. Also die Frauen können hoffen, dass vielleicht ein paar interessante Gene dabei sind vom anderen leiblichen Älter, also vom leiblichen Vater. Und die Männer können hoffen, dass vielleicht einige interessante, als Würze einige hoffentlich interessante und positive neue Gene drin sein könnten vom anderen leiblichen Älter, in dem Fall der Mutter. So müssen wir uns also nochmal so einen Wesenskern der modernen Evolutionsbiologie zusammenfassen, ohne allzu sehr über Gene und Gen-Details sprechen zu müssen. Ja, das war's. Also jetzt kommt die spannende Frage. Hoffentlich kriegen das noch alle Leute mit und wählen nicht wir 2020 EU, denn diese Stimmen dürften verloren sein für die Wahl, weil ich glaube nicht, dass die Landeswahlleiterin die Wahlstimmen bei wir 2020 EU als gültig akzeptieren wird, weil die Partei ja gar nicht existiert. Wir 2020 EU ist ja dann laut dieser zwei Gerichtsurteile ja faktisch gar nicht existent, sondern eigentlich gibt es ja nur wir2020.de und die treten ja gar nicht zur Wahl an, ja, bis jetzt. Ich weiß nicht. Oder vielleicht gibt es da doch noch eine juristische Möglichkeit, aber leider habe ich den Vorsitzenden von wir2020.eu nicht erreicht bis jetzt. Vielleicht ist es ja dann so, dass wir2020.de die Gesamtpartei übernimmt, egal ob EU oder DE und dadurch die Stimmen dann doch gültig sein könnten, aber eben für die Ursprungspartei und nicht für den nichtigen neuen Vorstand, der gar nicht existiert quasi. Ja, also da bin ich jetzt gespannt, aber ich kann jetzt nichts anderes machen. Was soll ich machen? Ich kriege keinen Rückruf bis jetzt von wir2020.eu. Also, wenn da sich nochmal was ändert, wenn da noch die Nachricht kommt, dass wir2020.eu, also wir2020.eu doch wahlgültig ist, wenn auch nicht mit diesem Vorstand, ja, und das Ganze doch dann eine legale Wahl würde, dann könnten wir unseren Wahlaufruf ja nochmal ändern, denn wir hatten bis jetzt natürlich die viel bessere Kooperation mit wir2020.de, die besseren Berührungspunkte und die wenigeren mit die Basis, ja. Ja, also, werden wir sehen, aber ansonsten, bis jetzt gilt mal unser Aufruf, die Basis wählen. Tschüssi, bis bald, bis morgen zur Bundestagswahl, äh, Landtagswahl. Oh,